Moin moin Leute, hier ist bei ihr Thomas Schmidt aus Hamburg. Ich wollte nur mich entschuldigen, dass derzeit so wenige Videos auf meinen Hauptkanal kommen, beziehungsweise generell keine Videos auf meine anderen Kanäle. Das liegt daran, dass ich derzeit keine Zeit habe, Videos auszunehmen, da ich ja in der Ausbildungsdecke. Aber ich versuche nachher ein Let's Play von New World hochzuladen. Das sollte so gegen 20 Uhr bis 22 Uhr online sein. Wenn nicht, kommt das vielleicht ein bisschen später. Aber ich versuche heute noch ein Video hochzuladen, damit ihr was zu gucken habt. Ja, das war es auch eigentlich. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen da, ich würde mich sehr freuen. Wir sind kurz davor, die 300 Abonnenten zu knacken. Würde mich riesig freuen, wenn wir das noch diese Woche schaffen würden. Wird wahrscheinlich nicht, vielleicht nächste, aber egal. Das war es auch. Viel Spaß noch. Vielen Dank.